Liebe Freunde, hier ist euer Steinwald. Zurück bei Diplomacy. Wir sind im Herbst 1908. Im Frühjahr 1908 haben wir nicht so viel erlebt. Wir haben immerhin die Italiener, die in Berlin stehen, erlebt. Ansonsten Briten, die sich hier ein bisschen umdisponiert haben. Keine Überraschung hier an der italienisch-britischen Grenzlinie. Das vielleicht Bemerkenswerteste war diese Flotte der Osmanen, die aufgrund eines Rückzugsgefechtes hier in die Tyrrhenische See eingelaufen ist. Einige von euch haben in den Kommentaren gesagt, ob das nicht ein abgekatertes Spiel zwischen Italienern und Osmanen gewesen ist. Also nach dem Motto, als wären das Scheingefechte gewesen, um eine mögliche Flotteninvasion oder überhaupt Invasion vorzubereiten hier im britisches Territorium gemeinsam. Ja, das könnte durchaus sein. Wir werden sehen, ob das der Fall ist, möglicherweise an den Zügen dieser Runde. Und wir fangen natürlich wie immer mit Großbritannien an. Was machen die Briten? Die Briten ziehen ihre Armee aus Edinburgh hier über diese beiden Flotten nach St. Petersburg. Das war abzusehen, alles deutete darauf hin. Und dieser Zug wird abgesichert gewissermaßen unterstützt hier aus Finnland von dieser Armee. Dann die Armee aus Yorkshire zieht hier oben nach, nach Edinburgh. Hier gibt es ein paar Verschiebungen. Die Flotte in Dänemark zieht in die Ostsee. Die Flotte in Helgoland zieht nach Dänemark. Diese drei Armeen hier, die bleiben einfach stehen. Die machen nichts, verteidigen. Und dann haben wir noch hier diese Flotte in Wales, die in den Kanal geschickt wird. Und eine Flotte in Brest, die dort vor Ort bleibt. Das war der britische Zug. Mehr gibt es dazu nicht zu berichten. Dann machen wir mit den Deutschen weiter, die ja noch existieren. In Moskau stehen sie. Und sie versuchen Warschau anzugreifen, erneut. Mal schauen, was das wird. Was die Österreicher und Ungarn machen. Ja, wir haben die Italiener hier mit drei Armeen in Mitteleuropa, sage ich mal, stehen. Die Armee in Marseille wird weggezogen aus Frankreich nach Piedmont. Die Armee in Berlin bleibt naturgemäß stehen, um das neue Versorgungszentrum zu unterstützen oder überhaupt erst mal zu sichern. Und die Armee aus Schlesien zieht nach Galicien. Mal gucken, ob sie das kann oder ob es hier noch andere Bewegungen gibt. So, und weil wir gerade dabei sind, die Armee in Berlin ist damit unangefochten. Das heißt, wir können hier den Italienern dieses Versorgungszentrum zuweisen. So, genau. Und das heißt, sie rücken hier einen nach vorne und die Osmanen einen nach unten. Ja, und nur eine Sache sei noch mal erwähnt, regeltechnisch, selbst wenn die Deutschen jetzt hier Warschau erobern würden, dann würden sie zwei Versorgungszentren besitzen, könnten aber keine Armee bauen. Keine weitere, weil ihre Heimatprovinzen besetzt sind, denn man kann seine Armee nur in der Heimat aufbauen. Also, ja, das, glaube ich, wird schwerlich noch was für die Deutschen, weil sie sicher das nicht zurückaugen können. Kann ich mir zumindest, möchte ich sagen, nicht mehr vorstellen. Gut, aber wir waren noch beim italienischen Zug, nämlich bei den Flotten und dieser Armee hier unten. Also, die Armee aus Albanien versucht Griechenland anzugreifen. Dann haben wir ja diese Geschichte und diese Osmanische Flotte bedroht drei Versorgungszentren gewissermaßen. Da müssen die Italiener reagieren. Sie ziehen mit ihrer Flotte von Neapel, versuchen sie zumindest nach Rom zu ziehen. Ionische See versuchen sie nach Neapel zu ziehen. Von der Adria aus in die Ionische See und das Ganze wird unterstützt. Der letzte Zug hier aus Tunis, die dort stehen bleibt, die Flotte. Was das jetzt wird, wissen wir erst, wenn wir wissen, was die Osmanen hier mit ihrer Flotte machen. Also, gehen wir mal weiter, gucken erst mal zu den Österreichern. Die ziehen von der Ukraine wieder nach Warschau, verteidigen es damit, denn eine 1 zu 1 Situation bleibt. Also ist hier alles beim Alten. So, dann haben wir die Flotte in Triest, die bleibt stehen, hält. Die Armee in Wien verteidigt die Armee in Budapest, die damit zwei Stärke hat. Und jetzt sind wir schon bei den Osmanen. So, was machen die Osmanen? Mit der Armee in Sevastopol unterstützen sie die Armee in Rumänien. Diese Unterstützung läuft viel, denn die Armee in Rumänien oder läuft leer ins Leere. Die Armee in Rumänien greift an, wird dabei unterstützt aus Serbien. Hier gibt es aber eine 2-2 Situation. Das heißt, der Angriff ist erneut mal wieder gescheitert. Aus Bulgarien gibt es eine Unterstützung in Richtung Serbien. Von der Flotte im Schwarzen Meer wird Sevastopol unterstützt. Und jetzt haben wir hier unten noch die drei Flotten. Die Flotte in Griechenland greift Albanien an. Hier ist aber eine einfache 1 zu 1 Situation. Das heißt, hier passiert nichts. Die Flotte in der Geis verteidigt sich einfach nur. Und diese Flotte hier versucht, Neapel anzugreifen. Dadurch gelingt der Zug nach Rom. Es gelingt nicht der Zug hier aus der Ionischen See nach Neapel, weil es einfach hier eine 1 zu 1 Situation gibt. Damit gelingt auch nicht der Zug aus der Adria in die Ionische See. Allerdings kommen natürlich die Osmanen auch nicht nach Iapel. Das heißt, hier bleibt alles beim Alten. Und damit haben die Italiener ein Versorgungszentrum mehr Berlin und können dann am Ende des Zuges auch aufbauen. Und sie entscheiden sich für eine weitere Flotte in Venedig. So sieht es aus, liebe Leute. Das ist der Stand der Dinge und wie immer ein kleiner Schnitt. Und dann geht es auf zur Analyse der Lage. So, liebe Freunde, ihr seht wieder die vergangenen Züge kenntlich gemacht. Und ich denke, wir brauchen diesmal nicht jedes Land einzeln durchzugehen, sondern vielleicht ist es besser, einmal über die Gesamtlage zu sprechen. Die Gesamtlage wird weiterhin geprägt durch dieses übermächtige Bündnis zwischen Großbritannien und Italien. Und eigentlich als Schlüsselnation im Moment Italien und die Frage, wann lösen sie sich von dieser Allianz. Die Briten tun das ganz offensichtlich noch nicht, weil sie sich, glaube ich, zumindest hoffen sie das, sich noch weiter ausdehnen können. Und solange dies möglich ist, gibt es für sie keinen Grund, sich von Italien zu lösen. Sie können nämlich vielleicht noch Moskau erringen. Das ist, denke ich mal, hier ihr Plan. Auch entsprechend der Aufmarsch hier oben. Und insofern lassen sie sich da alle Zeit der Welt und bleiben hier einfach so stehen, dass sie durchaus relativ schnell in der Lage sind, hier losschlagen zu können. Die Italiener scheinen wirklich die Hoffnung noch zu haben, hier gegen die Osmanen irgendwas erreichen zu können, weil anders kann man diese Züge jetzt nicht so verstehen. Eine Absicherung gegenüber Großbritannien sieht mit Sicherheit anders aus. Die Frage ist, wie realistisch ist das bei den Osmanen? Ich glaube, ohne das jetzt im Einzelnen durchberechnet zu haben, diese Front scheint mir sehr, sehr, sehr sicher zu sein. Es gibt einfach hier im Angriff, wenn wir jetzt mal zusammenzählen, es gibt eine gleiche Verbesserung hier auf der Seite der Italiener und der Österreicher, diese Armee, die jetzt hier steht. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Armeen, die jetzt hier an der Front direkt stehen. Und die Osmanen haben 1, 2, 3, 4, 5. Hier noch zwei Support-Einheiten im Hintergrund und normalerweise noch hier eine. Gut, jetzt ist die Flotte da. Aber trotzdem 6 gegen 5 reicht, glaube ich, noch nicht, diese Front zu knacken. Das kommt einfach auf dieses Grundsatz der sehr speziellen Regelung, dass in einer Provinz nur eine Armee stehen muss. Dadurch gibt es in bestimmten Gegenden einfach, wenn das alles festgefahren ist, keine Bewegungsmöglichkeit mehr. Da gibt es kein Reinkommen. Das ist eine Besonderheit wirklich an diesem Spiel. Also da kann man höchstens halt diplomatisch noch was machen, aber es gibt dann rein taktisch keine Möglichkeit mehr, bestimmte Fronten zu knacken. Finde ich übrigens auch interessant, dass das in einem Spiel, das gewissermaßen ja den Ersten Weltkrieg simulieren soll, dass das tatsächlich auf diese Art und Weise so umgesetzt wird. Hochinteressant. Ja, also, pjoa, am Ende, was soll man sagen? Die Italiener, die werden hier nicht durchkommen. Am Ende wird es einen Bruch geben müssen, meines Erachtens zwischen Großbritannien und Italien. Alles andere würde mich schwer wundern. Und die Frage ist, wer bereitet den zuerst vor? Wer begeht ihn zuerst? Im Moment stehen alle Zeichen dafür, dass die Briten hier noch vielleicht ein, zwei, drei Runden abwarten, bis sie vielleicht Moskau haben und dass sie dann einfach losschlagen können. Und dann ist die Frage, sind Italiener vorbereitet? Ganz offensichtlich war das hier kein verabredeter Zug. Sieht zumindest nicht so aus. Es gibt also weiterhin einen Krieg zwischen den, Italienern und Osmanen. Insofern keine weitere grundsätzliche Veränderung der Situation. Ja, soweit zu dieser Runde. Wir bleiben natürlich am Ball. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Im Jahr 1909. Jetzt musste ich kurz überlegen. Frühjahr 1909. Also bis dann. Macht's gut. Euer Steinballen. 피�sch quarters. Ich könnte da, CHARize. Ich bin Cela. Ich bin ja. Ich bin selbst. Ich bin selber. Ich bin selber.